erstes date und es läuft nicht so wie es soll er ist nur am reden labert vor sich hin findet sich total großartig und sie ist gelangweilt schaut auf die uhr und denkt sich oh mein gott ich muss raus hier jetzt am besten der freundin gleich mal schreiben dass das hier nicht so läuft wie es laufen soll blöd nur wenn man genau dann den falschen chat erwischt und die nachricht an den dating partner geht ups peinlich in zukunft soll es das nicht mehr geben whatsapp plant eine rückruffunktion für ungewünschte nachrichten dann muss man aber schnell sein bevor der empfänger es lesen kann